Yo, hi Leute, ich bin's wieder, euer SpinFan. Ich sitze gerade vorm Rechner und sehe gerade, dass ich so viele schöne Kommentare von euch bekommen habe zu dem 10.000k Video. Ja, ich wollte es als eigentlich alles abarbeiten und dachte mir, das ist so ein besonderes Video und so schöne Kommentare habe ich von euch da bekommen. Da dachte ich mir doch mal, komm, mache ich da doch mal ein kleines Video raus und lese mal jeden einzelnen Kommentar vor, bevor ich jetzt alles großartig beantworte. Aber jeder Kommentar bekommt auch ein Herz für dieses besondere Video, für diese tollen Kommentare. Yo, Leute, ich habe schon mal ein bisschen runtergescrollt, ich habe auch ein bisschen Musik im Hintergrund laufen, no copyright sounds, also da dürfte ich keine Probleme kriegen. Ich denke mal, ich hoffe mal, das ist nicht zu laut, so wird der Musik im Hintergrund. Ja, Leute, ich würde mal sagen, legen wir doch mal los, weil es sind doch sehr viele Kommentare. Ich möchte ja noch ein bisschen auf eure Kommentare drauf eingehen, ihr habt es verdient, liebe Leute. Ich möchte nicht einfach nur ein Häkchen dran setzen, heute nehme ich mir mal eure Kommentare zu Herzen. So, ganz unten, ich habe schon mal komplett runtergescrollt, ich glaube, es sind über 85 Kommentare, also sauviel mal wieder, richtig nice von euch. Ja genau, bevor ich jetzt gleich damit anfange, möchte ich nochmal mich herzlich bei dem Easy Gamer bedanken, der mir mal diese schönen Thumbnails zur Verfügung stellt, auch das Intro, was er mir erstellt hat. Vielen Dank, Easy Gamer, damit hast du meinen Kanal noch ein Stückchen besser gemacht, richtig cool von dir. Generell, ähm, alle Leute, die was mit mir zu tun haben, die komplette Community möchte ich nochmal grüßen und mich nochmal recht herzlich dafür bedanken, dass wir die 10K erreicht haben. Ähm, ja, ich konnte es in diesem ganzen, Anführungsstrichen, Vlog-Video nicht alles so raushauen. Wie gesagt, es war so mein erstes Video, was ich so draußen mit meiner professionellen Handy-Kamera gemacht habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen, aber ich denke mal schon, es hat ja so viele Likes gehagelt, hat mich richtig gefreut auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich mache mir die Musik doch mal ein Stück leiser. Gut, so, gehen wir mal ein bisschen leiser hier. Genau, ich glaube, so ist es ein bisschen angenehmer. Fangen wir mal an hier. Der Dominik, äh, Dominik, Kick, ne, Dominik, Dominik, ach so, Doppelname, hat geschrieben, erster und bester YouTuber, jo, vielen Dank auf jeden Fall. Mentorphilo hat geschrieben, ui, tatsächlich, mal sehr früh hier, jetzt auch mal durch, hat jetzt auch mal durch mit dem Video. Also, als nächstes würde ich mir wünschen, wenn du, was, ne, warte mal, jetzt auch mal durch mit dem Video. Ich habe gerade gedacht, er schreibt vielleicht, jetzt mache ich auch mal Videos. Okay, als nächstes würde ich mir wünschen, wenn du vielleicht, äh, wünschen, wenn du, wenn du willst, dass du dich zeigst oder mal über dich erzählst, wer du bist. Die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, äh, ist der Wahnsinn. Ich spiele Minecraft jetzt seit so ungefähr 3-4 Jahren, glaube ich, habe ja auch schon mal YouTube gemacht und will auch irgendwann, oder, ja, ich denke mal, irgendwann Vlogs und auch wieder Gaming-Videos bringen. Liebe Grüße, ja, liebe Grüße auch zurück. Ja, was hast du denn alles geschrieben? Okay, okay, wenn ich mich mal zeige, ja, das könnte, das könnte passieren. Die beste Chance habe da erstmal mich in der Webcam zu sehen. Denn vielleicht, wenn es gut ankommt, mache ich echt mal so ein paar, in Anführungsstrichen, Vlog-Videos, wo ich einfach irgendwas unternehme und euch mal mitnehme. Kann ich mir doch ganz gut vorstellen. Muss ich mal schauen, wie ich das alles so handhabe. Joa, die Geschichte, wie ich zu YouTube gekommen bin, war ganz einfach. Ich habe damals auch viele Let's Plays geguckt, wie Gronkh und Sarazar, wie war es fast jeder. Die kennt, denke ich mal, auch jeder. Und dann habe ich einfach angefangen, Minecraft so ein bisschen zu zocken. Und dann habe ich es nebenbei einfach so aufgenommen. Und dann wurde es immer größer, dann haben auch immer mehr Leute mitgemacht. Und, ja, das Ding ist dann einfach explodiert. Und jetzt spiele ich eigentlich nur noch mit euch, mit euch Abonnenten. Ja, so grob kann ich das eigentlich sagen. Ich habe auch nie gedacht, dass ich hier 10.000 Abonnenten erreiche. Das sagen eigentlich, das sagen bestimmt fast alle. Aber ich habe mich echt damals gefreut. Ich wollte unbedingt die 100 Abonnenten haben. Unbedingt. Das war für mich so eine magische Zahl, 100 Abonnenten zu haben. Und jetzt haben wir schon, ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, okay, der Megakill LP, herzlichen Glückwunsch für 10.000 Abonnenten. Ja, vielen Dank, Megakill, vielen Dank. Ach, ich sollte mal die, ich sollte mal die Herzen über mich schon mal hinklatschen. Das sollte ich schon mal ein bisschen tun. Genau, Justof, Justof Kraft HD. Ja, herzlichen Glückwunsch, Screenie. Du hast sie dir verdient. Vielen Dank. Du kriegst da natürlich auch ein Herz. Okay, als nächstes kommen so ein paar mehrere Sachen. Wo ist der Hauptkommentar da oben? So, okay. MegakrasyTV schreibt, herzlichen Glückwunsch zu deinen Abos. Vielen Dank auf jeden Fall. Soll ich dich entblocken? Okay, das hat nichts mit mir zu tun. Olga Alberg, Daumen hoch. Jo, ein Herz für dich. Verdiente 10.000 Abos. Kommt heute ein Tutorial. Tutorials kommen immer samstags. Vielen Dank für dein Abo. Metriox HD-Fan. Ja, herzlichen Glückwunsch, Screenfun-Army. Vielen Dank. Vielen Dank. Wut. Pixel Robin, herzlichen Glückwunsch. Jo, Pixel Robin, du kriegst auch ein Herz. Garnelchen-Power. Ich habe Gammelchen erst gelesen. Sorry, Garnelchen-Power. Hast die eine Million Abos verdient. Hoffe, du kriegst die noch. Noch, ja, ich denke mal nicht, aber ist es auf jeden Fall schon schön 10.000 zu haben. Abo plus Likes sind schon lange da. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Hoffe, du hörst nie auf. Bringst immer mich zum Lachen. Oh, das freut mich aber. Bist der beste YouTuber, den ich kenne. Dankeschön. Ach, da fällt mir erst mal das Kabel hier an der Seite runter. Justus-Kraft. Das mit der PS3. Stimmt es, dass du vor ein, zwei Tagen auf der PS3 on warst? Ja. Warum? Ich habe Far Cry 4 ein bisschen gespielt. Felix, man. Herzlichen Glückwunsch, denke ich mal. Dankeschön. Luis, der Minecrafter. Screen-Fun, herzlichen Glückwunsch. Dir könnte ich die, was wird das, eine Million gönnen. So viel Mühe und Arbeit in deinen Videos stecken. Du packst locker noch die 20k. Das wollen wir doch hoffen. Wir packen das, nicht ich. Wir. Ich alleine kann das nicht machen. Justus-Kraft, kriege ich ein Herz auf den Kommentar? Ja, heute kriegt jeder ein Herz. Felix, man. Du bist der beste YouTuber der Welt und bist mein Freund auf der PS4. Wenn du es weißt, ich heiße auf der PS4 Christian Kusel und Gaming-Name Hope. Danke. Dankeschön, Felix, man. Ich nehme mir so viele FA's immer an, ich kann mir leider nicht jeden Namen merken. Ich habe wahrscheinlich jetzt wieder schon 20 Stück neue Freundschafts-Anfragen. Joe Crafter, herzlichen Glückwunsch, lieber Screen-Fun zu den 10k-Abos. Die hast du verdient. Macht immer weiter so. Bist der beste Minecraft-Let's-Player. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich bin schon so ein Minecraft-Kanal. Das stimmt schon irgendwie. Oh, hier sind viele Kommentare unter einem großen Kommentar. Mehmet Pürlü. Ja, wie aber die Tage gehen schnell weg. Sorry, oh Gott. Dass ich so spät antworte, habe einen Kommentar geschrieben. Und wie heißt du auf PS4? Ich heiße Smooth HD. Aber mit dem M, okay. Und Spielname TalaPL. Okay, okay. Okay, okay. Da drunter. Ach nee, gar nicht. Das gehört ja noch zu den ganzen Kommentaren. Das gehört ja zum Pizzaking auch. Jetzt habe ich es erst gerafft. Hotte Füße. Ach, du meinst meine Schuhe. Okay. Na dann bin ich mal gespannt, was noch so auf uns zukommen wird. Schönes Wetter. Auf jeden Fall. Richtig geiles Wetter momentan. Bei mir scheint auch die Sonne. Cool. Ach ja, morgen fängt schon wieder die Schule an. Oh mein Gott. Ja, sorry Leute. Sorry, dass Schule anfängt. Aber komm, ihr kriegt es schnell hinter euch. Mehmet Püli, Pizzaking. Bei mir auch leider. Ich hasse Schule. Da gebe ich mal ein Herz. Jetzt nicht, weil ich Schule hasse. Einfach nur so. Mehmet Püli. Wir werden es hoffentlich schon überleben. Naja, sind ja bald Sommerferien. Genau. Leute, da habt ihr doch sechs Wochen Sommerferien. Was geht ab bei euch? Pizzaking. Hö, hö. Ich habe noch eine Woche. Boah, nice. Okay. Ich klicke mal hier so ein bisschen dunklen. Dank Screenform wird es schon gehen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, Leute. Sieht so aus. Jo. Jo. Ich knall mal hier kurz die Kommentare durch. Bald nicht heute. Weiß nicht, wann ich FA schicken werde. Okay. Ja, ja. Okay. Okay, das sind Einzelgespräche. Ich hau mal über ein Herz rein. Jetzt geht es wieder mit den richtigen Kommentaren hier oben weiter. Herzlichen Glückwunsch zu den 10K. Vielen Dank GamingTV. Mike Föckel schrieb auch. Herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abonnenten. Dankeschön. German Speedrunner. Nice. Ja, auf jeden Fall. Richtig nice. Ich habe abonniert. Ich bin Zombiekiller. Ja, das sagt mir irgendwas. Herzlichen Glückwunsch von SpiderAttackLP. Dankeschön. Olga Alberg. Hashtag Screenfar... Ne, Screenarmy. Richtig nice. Echt, die Screenarmy wächst und wächst. Herzlichen Glückwunsch für deine 10K. Danke, Lukas Mejana. Dich kenne ich doch aus dem Stream. Du hast auch mal gespendet. Richtig nice von dir. Hashtag Screenfarmy. Danke. Schatzshowmaster. Ich schaue immer deine Videos. Und das wird immer so bleiben. Dankeschön. Danke. PUBG Survivor. Hey Screenfarmy. Habe angefangen, dich zu schauen, als du 5000 Abos hattest. Hast dich echt gesteigert. Mach weiter so. Die Millionen kommen näher. Ja, auf jeden Fall 5000 Abos. Nice. Mason. Mason. Hey. Echt cool, dass du wir die 10.000 Abos geknackt haben. Echte, wir haben sie geknackt. Ich weiß noch, deine alten Videos, zum Beispiel Titanic Sprengung. Ach du heiliger, bin man. Best of Sarraza und Grunk. Oh mein Gott, wie peinlich. Dein Flugzeugträger. Ja, das ging halbwegs. MainCity 1. Jo, das ist kultig. Mit den ganzen schönen Hochhäusern. Genau. Und danke für den Lachflash bei der Folge mit dem wortwörtlich Schwanz. Ja, die war echt gut, die Folge mit dem Schwanz. Auf jeden Fall, Leute, müsst ihr euch mal echt reinziehen. Oh mein Gott, wenn ich schon wieder drüber nachdenke, könnte ich schon wieder loslachen. Wer kann sich noch daran erinnern? Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. PS. Bei mir gerade das Jetski Tutorial aufgefallen. Das Jetski sieht aus wie von mir. Genau, das ist das von dir. Vielen Dank, Mason. Ein dickes Dankeschön. Michael Gruber. Herzlichen Glückwunsch. Hast du die verdient. Dankeschön. Dankeschön. Hier haben wir was vom Tutorial. Das habe ich schon beantwortet. Wir nehmen ja heute nur die 10.000 Abonnenten. Kommentare vor. Holzente. Glückwunsch. Dankeschön. Zeig dich mal. Ja. Ja. Ich warte doch ein bisschen. Ich warte. Ich will es noch ein bisschen spannend machen. Tupac Lifestyle. Boah, hast du echt mega verdient. Ich gönne dir alles. Dankeschön, Tupac. Nils Les Nissen. Bin mal wieder da. Glückwunsch, Greenfun. Dankeschön. Sabas Bude. Herzlichen Glückwunsch zu den 10K. Hast du verdient. Dankeschön. Danke. Haben wir uns verdient, Leute. Fußballpotter. Hast du verdient. Ja, Leute. Haben wir verdient. Wir zusammen haben das hingekriegt. Imran KSV. Herzlichen Glückwunsch. BTV. Bin Verodex. Falls du dich noch an mich erinnerst. Oh, schwierig. Nicht wirklich gerade. Bin ich ehrlich. Aber Chris, auf jeden Fall erst mal ein Herz. Eveline Saga. Bist der Beste. Und herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abos. Dankeschön, Eveline. Oh, Gurke. Jetzt wird es lang. Gurtenglas Nummer 3. Wer kennt Gurke nicht? Jo, was will man sagen? Herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abos. Freue mich immer in deinen Streams für Ordnung zu sorgen. Und hier unter bei den Kommentaren einfach irgendwas zu schreiben. Und übrigens schöne Schuhe. Ich würde mich übrigens auch mal über andere Sachen freuen als nur Minecraft. Wäre ein bisschen Abwechslung. Natürlich sollte Minecraft im Vordergrund stehen, weil du damit ja erstmal so durchgestattet bist. Und mit MainCity und so weiter. Bin mal gespannt, was demnächst noch alles kommen wird. Hashtag ScreenArmy. Hashtag Gurke. Hashtag Easy. Hashtag Joggerin. Dein Gurkenglas. Richtig netter Kommentar von dir, Gurke. Ich habe immer Schiss, wenn ich von dir einen Kommentar öffne. Der ist dann immer so lang wie ein Telefonbuch. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer drüber. Ja, Gurki. Was hast du denn da nochmal geschrieben? Okay. Du würdest dich auch freuen, auch mal andere Sachen auf meinem Kanal zu sehen. Es kann gut sein. Ich bin ja ein... Ich bin ja ein... Ich kann es mal erklären. Ich bin ja ein Minecraft-Kanal. Bei mir gibt es ja eigentlich nur Minecraft. Ich habe immer so von vornherein gesagt, ich möchte nicht so ein gemeiner, allgemeiner Let's Player sein, der alles mögliche durcheinander zockt. Weil ich sehe so oft Kanäle, die alles mögliche zocken und irgendwann mit ihrem Kanal stecken bleiben und irgendwie die Leute wegbleiben. Und diese Kanäle, die sterben auch dann öfters aus. Außer die ganz großen halt. Die können alles bringen. Da wird alles geschaut. Aber die bisschen kleineren, die haben da nicht so viele Chancen. Ich wollte mich auch immer auf ein Spiel versteifen. Und das ist halt Minecraft. Es kann aber gut sein, dass ich mal was anderes zwischendurch zocke. Aber wie du schon gemerkt hast oder betont hast, es bleibt ein Minecraft-Kanal. Weil ich denke, man sollte sich so eine Nische suchen. Da hat man viel bessere Chancen auf YouTube. Ja. Aber ich bin für alles offen. Ich muss immer mal schauen, so dies und das. Ich versteife mich jetzt nicht hundertprozentig auf Minecraft, nur zu 99%. Aber wir schauen nochmal alles, was so kommt. Das ist, dabei kann ich bleiben bei dieser Aussage. Richtig nett. Dein Herz ist schon da? Gurke? Richtig nice. Pokepo, dich kenne ich doch auch schon richtig lange. Freut mich echt auch Leute zu sehen, die ich schon sehr lange kenne. Wenn die mir Kommentare reinschreiben, das freut mich umso mehr. Dann denke ich so, what the fuck, sind die immer noch da? Richtig nice. Pokepo schrieb, herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Wow, einfach mega. Ich sag dir, da ist noch mehr drin. Mach einfach weiter so und bring das, worauf du Lust hast. Einfach nur Hut ab, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Pokepo. Danke, danke, danke. Richtig nice. Ich weiß doch, Minecraft Mittelalter, wo du dein richtig geiles Grundstück da gebaut hast. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und wie wir da einen Wasserfall hatten oder eine Rutsche. Und dann haben wir mal die Boote runtergeschickt mit einem Schwein drin oder mit Hühnern drin. In den Selbstmord haben wir die dann geschickt. Also das war schon auf jeden Fall eine lustige Aktion. Das blieb in meinem Kopf hängen. Richtig nice. So, Skillertraps LP. Wow. Du bist auch schon sehr lange da bei Skillertraps. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir so einige Sachen zu machen in den Projekten. Glückwunsch. Komm zu mir. Ich spendiere dir Kuchen und einen Kaffee. Richtig nice. Kuchen nehme ich, Kaffee trinke ich leider nicht. Aber wir können ja ein Kakao trinken. Ich kenne dich schon ultra lange, wo du das Enderportal Tutorial gemacht hast. Alter. Das weiß ich noch nicht mehr mehr, wann ich das Video rausgehauen habe. Das ist schon... Ach, ach, das ist schon Uhrzeiten. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Mein CT1 konnte ich nicht. Blöder PS3-Bug. Ah, okay. Mein CT1 war richtig kultig, Leute. Da ging's ab. So. Gut. Mehmet Püli. Ja. Screenfun hat die 10.000 Abos geschafft. Juhu. Habe dich abonniert und like es immer da bei dir. Bester YouTuber. Bist echt der Beste. Habe dich als PS4-Freund. Heiß es Smove HD. Spielname Tala. PRL. Und danke, dass du mich im letzten Minecraft Leben Video eingeblendet hast. Stimmt, du warst dabei. Ja, ich hatte dich mit in der Aufnahme. Ich kann mich erinnern. Und keine Sorge. Spamme dich nicht mit Schildern zu, denke ich mal. Bin nicht so einer. Gönne dir... What the fuck? War eine lange Zahl. Abos. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, keine Sorge. Mit den Schildern da. Weil, wenn ich in der Aufnahme bin, möchte ich nicht immer so viele Schilder lesen. Das ist doch ein bisschen uninteressant für die anderen. Aber ich verstehe das schon. Richtig cool, was wir da gehandelt haben. Minecraft Leben. Hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sächsischer Clasher. Ich und die Joggerin. Die Esel nennt sich immer zuerst. Ach, ja. Manchmal mache ich auch Fehler in den Videos. Entschuldigung. Entschuldigung. Logischer Zug. Herzlichen Glückwunsch für die vielen Abos. Dankeschön. Logischer Zug. Ghostgamer. Dich kenne ich auch schon ein bisschen länger. Alles Gute, Screenie. Hast du verdient. Wann kommt die Facecam? Hashtag Screen Army. Seit 3000k dabei. Auch schon recht lange, ne? Recht lange. Ja, die Facecam. Das wird schon kommen. Das wird schon kommen, Leute. Wenn ihr unbedingt mein Face sehen wollt, könnt ihr auch in den Streams spenden. Da gibt es ja einen Spendelink unten drunter. Ihr könnt auch auf meinen Kanal gehen und da gibt es auch einen Spendenlink. Ihr müsst es nicht nur in den Streams machen, wenn ihr unbedingt spenden wollt. Ihr könnt es auch so machen, während ich nicht streame. Das werde ich dann nachholen in den Streams. Werde ich dann euch benennen, wenn ihr gespendet habt. Nur so zur Information. Da könnt ihr dann irgendwann, wenn die Facecam voll gespendet ist. Es fehlen ja nicht mehr viele Euros. Dann werde ich meine Facecam zulegen und dann seht ihr mein Face. So. The Fox. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Maxi High. Du bist cool und nett. Dankeschön. Maxi High. Ja, nochmal. Smilies. Luke Rottig. Glückwunsch Screenie. Nächste Mal kriegst du die eine Million. Hashtag Screen Army. Und ich war der 98. Abonnent. Und mach weiter so. What the fuck? 98. Abonnent. Das weißt du noch. Das ist ja schon ewig. Dankeschön auf jeden Fall, Luke Rottig. So. Macy Fleischer. Hey Macy, was geht ab? So viel. Boah, jetzt habe ich mich gerade fast verschluckt, Alter. So viel Fleiß muss belohnt werden. Und die 10.000 steht dir gut. Glückwunsch dazu. Ja, uns steht dir gut, Leute. Nochmal, wie gesagt, ohne euch schaffe ich es nicht. Unser Projekt war auch sehr lustig. Ja, genau. Fox on Tour. Richtig geil. Könnt ihr auf meinem Kanal auch nachvollziehen. Nochmal nachschauen. Ich und der Macy sind da durch seine wundervolle Stadt gelaufen. Beste Stadt, die ich jemals gesehen habe. Vielleicht schaffen wir ja mal irgendwann 25 Folgen zusammen. Ja, ich habe schon so oft gesagt, Macy, dass wir das dann und dann machen. Aber ich habe echt so viel zu tun. Aber ich habe es immer noch im Hinterkopf. Übrigens, seine Stadt wächst ja immer mehr. Da können wir dann immer mehr Sachen auch noch zeigen. Ich will jetzt noch keine Versprechen machen. Aber Macy, müssen wir mal gucken. Ich habe hier so viel um die Ohren gerade. Ich versuche ja auch momentan so ein paar verschiedene Projekte zu bringen. Aber ich habe dich immer im Hinterkopf, Macy. Vergiss, Alter, das vergesse ich nicht. Ich freue mich ja auch immer, wenn ich die Leute inspirieren kann und den Sachen von mir auf deren Maps wiederfinde. Ja, das finde ich richtig geil. Auf jeden Fall, wenn man auf anderen Maps dann Sachen wiederfinde, die man mal gezeigt hat oder gebaut hat. Das stimmt, Macy. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. So, Macy, dein Herz ist auch am Start. Schuchizki. 777. Herzlichen Glückwunschuhe, 10.000 Abos. Mach weiter so. Äh, dass hoffentlich bald du und wir alle zusammen mehr reichen. Du bist der beste YouTuber. Hashtag ScreenArmy. Dankeschön. Ja, da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Da hast du auf jeden Fall recht. Yo, schmeiße ich nochmal kurz die Mucke einmal an hier. Boah, so schnell ist das zu Ende gegangen. What the fuck, Alter? So schnell. So ein langes Video wird das hier. Okay, André Thewold, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Boah, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind auch gleich durch, Leute. So viel kann es nicht mehr sein. Sinan Land, Glückwunsch. Danke, Sinan. Du bist ja auch schon öfters dabei gewesen, auch in den Streams. Finde ich richtig nice. Philipp Baumeister, herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. Könntest du mal ein Tutorial-Projekt machen, wie ein Flugzeugträger oder die Titanic? Momentan so große Tutorials mache ich nicht. Ich mache recht kleine eigentlich immer. Aber mal schauen. Tristan Boitonet-Gagel. Kannst du das, äh, was? Kannst du das dich bitte, bitte mal zeigen? Sonst bist du ja immer hinter der Kamera versteckt. Achso, ob ich mich mal zeigen kann? Könnte gut sein. Könnte gut sein. Äh, sexy Toffel. Toffel. Alles Gute zu den 1000 Abos. Ach, noch eine Null dran. 10.000, aber ich weiß, denke ich mal, du hast dich verschrieben. Dankeschön auf jeden Fall. Sanoi. Jonas ist das. Wer kennt Jonas nicht? Wer kennt Jonas aus? MainCity1. Richtig kultig. Cool, dass du reingeschrieben hast, Jonas. Freut mich persönlich sehr, dass du noch am Start bist. Richtig geil. Bist schon ein sehr langer Abonnent. Mit dir haben wir doch auch schon gezockt in MainCity1. Ach, das waren noch schöne Zeiten. Ich, du und Elias. Das magische Dreieck, Alter. Da ging's ab. Wunderbarski. Vollkommen verdient. Auf weitere Jahre Screen fahren. Lass dich nicht verbiegen. Nee, nee, ich bin ja aus Stahl. Liebste Grüße von einem Ex-Bau-Team-Member. Ja, dickes, dickes Herz von mir. Freut mich echt. Richtig geil, Jonas. So, Lord Kai. Schade. Ich hätte gedacht, so als Special machst du, dass du dich zeigst. Ach, das wird dann kein Special. So viele Dislikes, wie ich dann kassieren würde. Aber vielleicht mach ich das noch. Mal schauen. Naja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Screen Army. Dankeschön. Danke, Lord Kai. Manuela Waldfee. Glückwunsch. Dankeschön, Manuela. Und eine Rose krieg ich auch noch und eine Blume hier. Vielen Dank schön. Vielen Dank schön. Vielen Dank auf jeden Fall, Manuela. Danke. Erin King. Weiter so. Das werd ich tun. Danke, Erin. Simelle. 2204. Habe dich in der Playstation als Freund. Kannst du mich mal bitte grüßen? Ja, okay. Melle, ich grüße dich. Lukzok. Wann machst du Facecam? Wann mach ich Facecam? Schau mal. Anja Lachmund. Herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abos. Mach weiter so. Dankeschön, Anja. Mach ich auf jeden Fall weiter so. Ich gebe nicht auf. Ich höre nicht auf. Sammy 1404. Nice, nice, nice. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch mal ein Grund zu feiern. Vor allem mit Kuchen. Genau, Kuchen für alle. Ich wünsche dir noch viel Glück bei der allen, was du je machen wirst in deinem Leben. Und dass mit deinem YouTube-Kanal immer alles in Ordnung bleibt. Ja, das wird es schon auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass du Community-Projekte machst, weil du damit deinen Spaß mit uns teilst und es auch mit mehreren viel mehr Spaß macht, als alleine zu spielen. Wir zeigen uns ja auch viel, zum Beispiel mit den Tutorials. Genau, stimmt. Wenn du uns was zeigen willst, machst du ein Video und wir schicken einen Screenshot in die Community. Natürlich zeigst du auch ein paar Sachen, Dinge, die wir dir gezeigt haben. Und dafür sage ich danke, danke, danke für alles. Genau so ist es, genau. In die Community, Screenfun-Community oder Screenfun-Tutorial-Community könnt ihr auch gerne auf der Playstation beitreten. Da könnt ihr Sachen reinposten, wo ich dann wahrscheinlich ein Video drüber mache. Danke, Sammy, du bist ja auch schon lange dabei. Freut mich, dass du so aktiv bist. Mod GTA, mein alter Freund. Oh mein Gott, 10.000 Abos, Glückwunsche. Ja, Modi, was soll ich dazu sagen? Du hast ja auch einen tollen YouTube-Kanal. Dich kennen ja auch viele. Dich kenne ich auch schon sehr lange. Vielen Dank, es freut mich von Herzen, dass du mir hier gratulierst. Dankeschön, Modi. Gurke 14, schöne Schuhe. Du bist einer der YouTuber, der sich sehr viel Zeit für seine Zuschauer nimmt, mit ihnen zusammen spielt, zockt, wie man es sagen möchte. Halt, das macht halt den Kanal aus, dass die Hauptprojekte mit den Zuschauern sind. Und noch an alle einen Gucking-Tag. Dankeschön, Gurke. Macht mir auch sehr viel Spaß, mit euch zu zocken. Ja, nur mit euch kriegen wir das alles hier so gerockt. Und nur mit euch ist der Kanal so groß geworden, ne? Kann ich nur noch mal betonen. Ja, liebe Leute, es war ein recht langes Video. Jetzt sind wir durchgegangen. Ich bedanke mich auch noch für die nachfolgenden Kommentare, die noch auf diesem Video einprasseln werden. Ich habe dieses Video an demselben Tag abends noch aufgenommen. Aber ich denke mal, da kommen bestimmt noch einige Kommentare. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal im Nachhinein. Auf jeden Fall. Ja, Leute, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das Video ist recht lang geworden. Ihr könnt ja mal einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr so Videos findet. Ob ich sowas mal ab und zu machen sollte. So Kommentare vorlesen. Oder sagt ihr so, ach sowas nicht. Aber ich habe es jetzt auch mal einfach mal so gemacht, weil es einen besonderen Grund hat. So, liebe Leute. Ich würde mal sagen, ich bin raus. Vielen Dank für euer Feedback. Wenn noch Fragen sind, haut es in die Kommentare. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Peace. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.